Hey, ich bin Sarkis Adamjan, Fußballer aus Deutschland. Ich bin heute mit Wormenia zusammengekommen, weil uns eins verbindet. Die Leidenschaft. Eine Leidenschaft, etwas Großes zu erreichen. Eine Leidenschaft, einen Traum zu verfolgen, der grenzenlos ist. Heute erinnere ich mich gern zurück und sehe mich auf meinem Lieblingsplatz Fußball spielen. Die Herausforderung war es, immer wieder aufzustehen und weiter zu spielen. Sich immer wieder zu verbessern. Der Traum, ein großer Fußballer zu werden, hat mich nie aufgeben lassen. Die Leidenschaft zum Sport hat mich bis hierher gebracht. Ich will aber noch mehr erreichen. Wenn ich den Ball habe, vergesse ich alles um mich herum. Auf dem Feld fühle ich mich frei, es gibt mir die Kraft. Immer wieder übel, um meine Grenzen hinauszugehen. Damit fühle ich mich lebendig. Und was ist deine Leidenschaft? Und was ist deine Leidenschaft? Ja, ich kann mich schon mal davon hinweisen. Ich bin der Leidenschaft. Und ich bin der Leidenschaft. Ich bin der Leidenschaft. Ich bin der Leidenschaft. Ich bin der Leidenschaft. Untertitelung des ZDF, 2020